Jo, willkommen zurück zu Shadow of War. Ich habe mir eben mal den Karago geschnappt und wir werden erst mal... Ne, warte, halt. Wir werden nur ein bisschen Artefakte sammeln, da habe ich gerade Lust drauf. Um... Na Decimal haben. zack Ah, neu starten. Weil neu ist hier immer mit Wetzel-Pumbo machen. Ist jetzt nicht wirklich ein Artefakt, aber starten. Mach! Mach! Quatsch! Reicht ihr die nächste Belage? Also, gell? Ne, ich will hier runter. Mach! 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 Also, machen wir keinen Schaden! So. Wir nehmen den Karagor noch. Jawohl, das ist knapp. Erreiche die nächste Plage. 80 Viecher. Wissen wir die über den Kalk töten? Ah ja, kommen wir nur mehr. Ah, ich hab grad probiert, ob ich so eine andere Attacke machen kann, aber irgendwie... Ah, hier ist einer. Ah, schade. Wir haben nicht alles geschafft. Aber ist egal. Hauptsache wir haben es geschafft. Da, da, da. Jetzt zähle Brimboa. Gäle Brimboa. Wichtiger als bloße Kraft ist die Fähigkeit zu führen. Selbst wenn es nicht die Alten ist. Dann werden wir ohne Grimmaat. Äh. Hä? Hä? Ich drücke immer falsch. Ja, raus hier. Karte. Was haben wir denn noch hier so? Hier unten ist noch was. Hm. Hier ist noch was. Das alles ziemlich weit weg war. Das scheint hier die Hauptstarys zu sein. Verbot ich einfach mal. Sammle das gesamte... Wo gehen wir denn hin? Wo kommen wir denn hin? Lass mal... Lass mal so ein Ding machen hier. Komm, wir gehen mal hier hin. Karte, wo brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich guck das gar nicht, dass ich den terrorisiert habe. Verbrügeln wir einfach. So. Was ist denn das hier? Jetzt kloppen wir uns wieder mit irgendwelchen behinderten Orcs. Oh ja! Diese Exekution war der Shit, Alter. Zack. 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 Okay, dann find ich mehr. Hier geht's. Alter. Bis jetzt mal fertig ist hier. So, Asala Bistab, vielleicht. Der ist jetzt mal dein eingesterben Version. Aber... Ist egal. Wir machen das jetzt hier. Tuga. Totauge. Verfolgt Drakhtahib. Starten. da ist der versuch gar nicht erst mich zu hallo ja was macht der siege tucker wo ist er das war der hier ok bei dem ab ach du scheiße jetzt habe ich den getötet wir haben einen neuen ring oder was hat sein opfer gefangen ach komm wir können uns weiter wir können und jetzt noch mal zu den linken inventar ansehen ja stufe 16 stufe 16 selten maximaler fokus trifft trifft feinden in den kopf während du den fokus hast ja hier war dann noch ein dritter wo ist denn der hin das ist ja erstmal egal da war noch eine mission also die hauptmission werden angezeigt hier warte mal hätte hat irgendwer noch was fallen lassen hier vorne da muss ich hier hoch ach das liegt ja einfach so random rum oder was ok gucken wir mal weiter wo sind wir hier sind wir das sind die dicken hier das sind die ganz dicken ähm enttülle die wahrheit übergang gras vergangenheit und modus zukunft da gehen wir hin ja die machen wir hier hoch ja den nuket es gar nicht aber den haben wir verprügelt ganz einfach wie kommt man da hin muss irgendwo eine höhle sein hier man sieht ja kaum was ich habe ja jetzt ich habe ja über die schönheit in uns in einer bühne und welt erschien zu schaden sauron sah die welt als chaos und markel die er berichtigen würde seine ringe waren perfekt die welt war es nicht ah guck an easy der einzige marke sind die augs saurons vorstellung von vollkommenheit ist wahrscheinlich wo können wir ihn jetzt noch hin hier unten ist noch eine spinne da können wir runter gehen da können wir den cargo wenn wir ihn schon haben dann können wir ihn noch nutzen fragen muss er irgendwo eine höhle sein mann hier hoch ah guck an hier so Oh, das ist schwer, ja? Ah, guck an. Ich kann eine neue Fähigkeit fixen. Nochmal das hier. Zack, Alter, wie viel Zeit man hier freischalten kann. Das ist so abnormal. So, haben wir noch eine Spinne irgendwo? Hier. Ist der dazwischen eine? Nee. Haben wir noch den Karago? Nein, wir können noch mal rufen. 1500 Meter, das ist unmachbar. Müssen wir auf jeden Fall durch den Wald hier. Warte, wie viele Karagos hier sind. Zack, zack. Das ist so, wir sind ja schon zu gut wieder. Aber ein bisschen ja auch. Oh joh. Er ist wieder hoch. Ah, jetzt. Schau mal an hier. Das ist der Fehler noch. Den schubsen wir mal direkt um. Das ist die Geschichte, die sich der dunkle Herr... Oh, oh. Sie hat wie ich von saubern gelernt. Sie hat ihn überlebt. Wie ich. Dann liegt Weisheit in diesen Orten. Oh ja. Wollen wir uns mal hier vorne noch die 50... Mietermünzen. Ach nee, das sind Erinnerungen. Die Bewohner von Gondors Tiefland konnten schnell vergessen, wie nah Mordor und Ninas Itil waren. Nur wenige Menschen verschwendeten mehr als einen Gedanken an Gondors Grenzen. Oder das, was dahinter liegt. Für sie war die Bedrohung Mordors weit entfernt. Okay, alles klar. Ich habe noch nie eine so genaue Karte Gondors gesehen. Und wie wenig ein Volk erst über andere Minder weiß. Ich bewege Chissi. Das stimmt auch gar nicht. Wo war denn der weg? Zack, zack. Und zack, weiter gehts. also pures gemetzel ich bin wieder vergessen die timer zu starten zack zack platz das erscheint immer der den ich zuletzt töte oder wir können schon wieder was freischalten das ist ja nice was ist das hier gewesen drücke bei voller macht was ist das drücke b um alle feinde in einem bereich von dir einzufrieren also kass und wie kontrolliert das kein spiel zu den spin holen anscheinend unterarten reinigen der blut st wenn du mal das ja das sieht cool aus das ist dein scheiß ernst alter tschüss sind denn da irgendwo bosse ein paar vermöbeln ich hab voll bock drauf ist ja niemand ist ja niemand alter machen wir die mission mal hier ein handyakku alle deshalb sich den timer nehmen scheißdreck das ist natürlich quatsch nicht null überall niemand nicht ich kommst du zu spät doch bevor ich ihn angriff sprach er mit einem der anders als die anderen war es sind wir mal in der nähe vielleicht können sie uns sagen was vor sich gehen falls wir sie leben entfassen du entscheidest nicht wenig am leben lasse ring schmied das solltet ihr beide nicht vergessen die alte ist ja nicht normal die macht ihr eigenes ding oder was das ist ja interessant b b r r r r r Und so. So... Nächster... Was ist der Zweck der Auserwählten? Sie schützen die Hedie! Es geht irgendwie um den drehenden Stein! Das ist alles, was ich weiß! Jetzt stellen wir uns den hier oben. Der scheint alleine zu sein. Ja... Die können anscheinend nicht die, die wir... Die können anscheinend nur die normalen... Ich würde ihn einfach mal so eben... Okay... Okay... Die müssen seine Augen sein! Dann müssen wir sie blenden! Okay... Herr, wo ist sie? Da unten... Und zack... Da da... Herr, wo ist sie hin? Okay... Alles klar! Was war das? Wende... Schleichbeherrschung... Auf Bogenschützen an... Okay... Wo ist sie jetzt? Wo ist sie jetzt? Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! erst mal hier ein bisschen auf motzen das können wir machen das ist gut so aber ich weiß jetzt nicht wie lange die folge geht es wird erst mal die folge hier beenden wenn es euch gefallen hat dann könnt ihr abonnieren kommentieren und ein like da lassen guckt bei instagram und snapchat vorbei da poste ich gerne mal was und im bio bürger damit das sein und wir sehen uns im nächsten video